3D-Werkzeugmodelle sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche Simulation Ihrer NC-Programme. Mithilfe der TDM-Werkzeugdatenverwaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie erfolgreich den Werkzeugkreislauf von der Planung bis zum Sparen an der Maschine schließen können. Das Kernstück von TDM bildet die zentrale Werkzeugdatenbank. Diese unterstützt die Planung mit der richtigen Auswahl an Werkzeugen, von der Konstruktion über Simulationen bis hin zur Beschaffung, denn genau hier wird ein Großteil der Produktivität optimiert. Darauf aufbauend sorgt die zentrale Datenbank dafür, dass die eingeplanten Werkzeuge auf der Fertigungsebene verfügbar sind. Seit über 20 Jahren unterstützen wir zerspannte Unternehmen mit Software zur Werkzeugdatenverwaltung, mit Engineering und mit Serviceleistungen. Profitieren Sie von unserem Know-how, senken Sie Ihre Werkzeugkosten und steigern Sie Ihre Produktivität.